so willkommen zurück mitten im kampf wir haben ich weiß nicht angeklickt habe gestern also eigentlich vor wenigen sekunden erst aber ich habe das mal schön geredet auf jeden fall tun wir uns jetzt hier noch mal den hieb draufsetzen auf das mist vier weil der hatte uns ganz schön zu schaffen gemacht der typ also muss ich echt sagen das macht es echt ganz schön zu schaffen wir müssen jetzt echt mal fertig werden dass das glühwärmchen ding ist am ende und das glühwärmchen ist am ende und sieht eigentlich gut aus aber level 6 kann man stehen lassen magie feenstaub haben wir bekommen sternstaub entschuldigt leute also erstmal willkommen zurück natürlich freunde der erotischen unterhaltung kitty grischbeck hier hab ich ganz ver dывdeld du geduld du das ist auch auch eine gute frau mal dann genau im traumgefangen hält mich dieses land doch bin ich bereit nur zu erwachen kind eine vision in meiner hand ich halte sie vor dem laptop aber keine an dem ziehen hingegen Na gut, keiner will dir als einer Gamerin halten. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpatur Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, rauchten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Nein! Ergreifend, Madame, sind eure Worte. Nun weckt mich auf, ich danke sehr. Red dich sofort, falls ihr schön schlaft. Ich spreche wahr und keine mehr. Um uns liegt das Land Lemuria. Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Dein Sorgeweg ist ein magisches Tor. Ein Spiegel mit einem Thron davor. Gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg für dich heim. Verbandet das Dunkel mit aller Macht. Befreie Sonne und Mond, damit das Licht uns wieder lacht. Nein, unmöglich, mein Vater erwartet mich. Der Klüger versprach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr, auch einen Namen habe ich. Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich schuf ihr Knikolos, euch zu helfen. Ein Käfer groß wie eine Nadel? Zu wenig, wie ich finde. Die Kistirne zu holen, schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond suchen höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, von wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist erwacht. Durch eines Baumes Dornenkleid. Unterwegs wird Hilfe dir gebracht. Wie erreiche ich den Himmel und wie die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Echt? Da ist bloß nicht der Geh mit Smoothie-Flecken. Na gut. Öffne die Augen. Schweif nicht in die Ferne. Okay, gut. Da ist so ein fetter Stern über uns. Ich kann mich nicht bewegen und starb wie wild an die Decke. Okay, gut. Ui, komm, anfassen. Hat sich irgendwas... Ui, blink, blink, wir leuchten. Oh, welch wundere, welch erstaunen. Oh, wir haben Flügel. Ich fliege wie eine Fee, als wäre es nichts. Das ist ja cool. Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Ach, Child of Light, Tatsache. Tatsache? Hör gut zu. Behalte diese Zauberkrone auf dem Haupt. Setz sie nicht ab, verstehst du? Nie. Noch ein letztes, bevor ich von Danzie. Solltest du je verzagen, dann spiele sie. Danke sehr. Aber wofür ist sie gut? Ich höre dich nicht, Kind. Sei auf der Hut. Lebe wohl. Warte, aber... Er muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von Endloser Nacht. Ja, gut, okay. Drücke A, um zu fliegen. Ist ganz cool, muss ich sagen. Finde ich lustig. Finde ich cool. Wir haben hier aber jetzt im Momentar... Das hatten wir ja vor. Ein Steiger, die Magie permanent um drei. Würde ich ja ganz ehrlich nochmal draufsetzen, wenn wir es haben, ne? Und ein Geschenk der Dame des Waldes. Wozu ist sie gut? Das wissen wir nicht. Und, ähm... Hier werden wir jetzt natürlich das an dem Verteidigen machen. Hatten wir ja vorhin schon gesagt, ne? Und dann würde ich doch glatt sagen, es zu wagen. Und so wanderte Aurora durch den Forst, fern von daheim. Nur die Sterne zum Hirten. Vom Glühwurm begleitet, ansonsten allein. Besorgt um das Wohl der Familie, die nicht mit ihr kam. Suchte sie nach Sonne und Mond. Nach ihres Vaters Arm. Und irgendwo in der Nacht, lauernd auf einem Thron im Dunkeln, wartete Umbra, die Schlimme, auszulöschen Auroras Funken. Ja, dann werde ich jetzt mal wagen, die Klappe zu halten, ne? Ja, gut. So, ach, Glühwurmelixier. Achso, also diese kleinen blauen Dinger sind so Schmuckkästchen. Oh wei, so fühlt man sich halt so dabei. Flieg, Aurora, du bist frei. Gut, in den Klauen... Kapitel 3, gehen Westen, gut. In den blauen Kästchen, in den Schmuckkästchen, sind also kleine Sachen drin, die der Typ knacken kann. Dann würde ich sagen, unsere Route ist klar. Nach links müssen wir fliegen. Na, wie wahr? Dann werden wir dieses... des Donnenbombs gewahr. Hoche Knikulus, versuch mich einzukriegen. Ja, gut, ne? Auf jeden Fall. Was soll ich nur machen? Links mal drauf Mathilde. Seitdem redet schon wieder einer. Was soll ich nur machen? Ach, guck mal, hier redet einer. Wunderschön. Na, hallo, wer bist denn du? Ich poste meine Stimme für den. Die, es. Verzeiht? Kleine Dame, sahst du der lustigen Ballonsgewimmel? Ein Hörner, die auf Bällen balancieren. Und der Zelte, die zu den Sternen sich strecken. Meint ihr vielleicht zum Himmel? Ich fürchte nicht. Verflixt, hier sieht sich nun. Es ist bizarr. Verzeiht die Frage, aber seid ihr ein Narr? Wirft einen Blick auf diese Notiz. Meint ihr etwa jenen Brief? Was ist das Gekritzeln, das ich dort sehe? Ach, geh. Es ist Latein, wenn ich es recht verstehe. Rubella, teure Schwester. Schwarze Nacht erfasst unser Land. In dunklen Zeiten muss einer heben seine Hand. Also ich muss sagen, die reiben sogar im Brief. Also bin ich cool. Darf sich nicht verstecken in der Wolkenpalast. Sondern muss jonglieren mit der Weltenlast. An der Pforte des Todes herstrauchelt und fällt. Doch tanzen triumphiert er über die Welt. Lachen oder nicht lachen, das ist hier die Frage. Die Antwort ist klar. Meinen Traum zu leben, bin ich geneigt. Folge dem Wanderzirkus in die Ebene, bevor er aufsteigt. Liebe Schwester, sei einer Sache gewiss. Ich denke an dich, dein Bruder Tristis. Tristis, Tristis, Tristis brach uns ein Akt in zwei. Wollte eine Karriere als Einzelgänger. Lies Rubella zurück. Mich, Limurias, Geist reißt die Stimme. Meinen Sie nicht Sänger? Wie auch immer, wir haben viel zu tun. Und verweilen bleibt uns keine Ruhe. Würdet ihr mich mitzunehmen geruhen? Meine Taschen sind gepackt. Finden muss ich meinen Bruder. Und retten unsere doppelte Nummer. Akt? Wissen, dieser Weg ist riskant. Mit Kreaturen unbekannt in unserem Land. Ich bin ein geübter Artist. Und komme mir schon klar mit diesem Quark. Mist. Also ich freue mich, jemanden mitzuhaben. Rubella hat sich der Gruppe angeschlossen. Freue ich mich ja so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mehr allein zu sein. Aber nur mal blöd zu fragen, wie nehme ich die denn mit? Trage ich die denn da verschlossen? Gut. Trage ich jetzt eine Hosentasche mit mir rum? Weil ich sehe sie ja nicht wirklich. Das sieht aus, als ob es einfach eine Hosentasche mit mir rum ist. Ich habe hier was... Genau, das habe ich doch hier gesehen. Das wollte ich mir noch holen. Das habe ich gesehen. Ein MP Sternstaub. Was kann der denn? Steigert die Mana-Punkte permanent um drei. Sie hat jetzt natürlich zwölf Mana-Punkte. Und wie viel hat denn die andere? Sie hat 13 Mana-Punkte. Ja, machen wir doch hier mal, ne? Was haben wir hier jetzt? Hilf, damit Rubella ihren Bruder aufspürt. Zum Zirkus in der Ebene, die sie nahe uns führt. Okay, gut. Ach ja, ach guck mal hier, die Fähigkeiten-Punkte von ihr kann man noch verteilen. Würde ich sagen, mach mal morgen. Verabschiede ich mich für heute. Sage Tschüss und morgen geht es dann wieder los mit Punkte verteilen. Und natürlich dann auch Spannung und Action mit Kampf-Szenen. Und deswegen sage ich Tschüss bis morgen. Die Frau Reschbeck verabschiedet sich. Warum habe ich das gesagt? Kör